Moin Leute, herzlich willkommen auf den neuen Stuntl Gaming Und heute spielen wir wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lego Jurassic World So, wir machen hier auch etwas weg So 2 Okay, kann man mal gucken Also da sind Habtoren Die sind nicht so gut wie immer da Ups, hab getaut So Nein, ich kann hier irgendwie wieder zusammenbauen, okay So, dass es da wieder rüberkommt, ne Aber er ist von seinem hier irgendwie ein bisschen was So 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 Das hab ich gemacht So Nach oben jetzt Zack, zack So Achso, ich brauch nen Hackenbapier So 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 Wer ist da mit dem Nils-Faufen drin? Ich glaub, wer ist da mit dem Nils-Faufen drin? Okay. Aber wir müssen natürlich hier erstmal alles kaputt machen, weil wir das Spiel jetzt so weggehen wollen. So. 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 Zack, zack. Okay, gehen wir mal hier in die Insel. Hau nicht ein. So. Da hat was geboot. Ja, da war er wirklich drin. Okay, nein. So. 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 Jetzt. So. 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 Das finde ich auch cool, dass man hier in so Räumen rechnet. Ganz nice eigentlich. Hat auch so ein Rott. So. Ah, das ist jetzt wahrscheinlich wieder so ein Ding. Scheiße. Ja. Jetzt habe ich es nicht beim S, meine ich. Schade. Wo führt das jetzt hin? Die sind unten links, ne? Okay. 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 Dann brauchen wir doch mal eine Seite. Gucken wir vielleicht. Wir müssen das jetzt wieder beim Auto festmachen, oder was? Wir müssen ja alles nur beim Auto festmachen. Okay, was passiert jetzt? Aber es ist eine Termstelle. Soll zumindest eine sein. Okay. Jetzt müssen wir das Auto was machen. Oh. Okay. Haha. Ich glaube es ist jetzt weg. Kommt hier so eine Leiter. Okay. Okay. Oh. Ja, ja, das ist doch so cool. Okay. Ja, ja, das ist doch so. Stopp! Aua! Nein, jetzt gehen wir auch noch Punkte! Und da muss ich hin, oder was? Da ist ein Heli, oder was? Okay Leute, ich würde aber erst mal sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch auf einen Lastenweigen nach unten kommt, da schaut außerdem auf meinem Wiss Reserve vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt ihr Video auch, wenn ihr mir das kein Video mehr verpasst. Und auf jeden Fall, hau dran, also euer Sando. Ciao, ciao!